BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Milde Temperaturen überwiegen gerade in Baden-Württemberg. Nichtsdestotrotz ist am 1. Dezember der meteorologische Winteranfang. Dann könnten Schnee und Eis nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Straßenmeistereien sind darauf schon vorbereitet. Wie sie dafür sorgen wollen, dass Bürger auch im Winter sicher ans Ziel kommen, sehen sie jetzt. Die Straßenmeistereien im Landkreis sind bereit für den Winter. Hier in der Straßenmeisterei Eningen sind die Streufahrzeuge einsatzbereit für den Winterdienst. Und auch das Salzlager ist bis zur Decke hin gefüllt. Eningen muss gemeinsam mit der Straßenmeisterei Münsingen rund 700 Kilometer Straßen im Landkreis räumen. Das entspricht ungefähr der Strecke bis nach Hamburg. Auch dieses Jahr mussten sie schon ausrücken. Der erste Einsatz war am 14. November wegen heftigem Schneefall. Die verschiedenen Straßen werden dabei in einer bestimmten Reihenfolge geräumt. Zunächst einmal bedienen wir die besonders gefährlichen Stellen. Die kennt man von der Fahrschule am Gefahrzeichen mit der Schneeflocke. Dann natürlich die Bundesstraßen aufgrund der Verkehrsdichte und Verkehrsbedeutung. Dann die Steigungs- und Gefällsstrecke, also unsere Alpsteigen und letztendlich Strecken, wo auch ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr drauf ist. Die Entscheidung, ob geräumt und gestreut wird, fällen die Mitarbeiter auf Basis der Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst. Ergänzend verwenden die Straßenmeistereien Glättemeldeanlagen und Webcams. Das Landesverkehrsministerium gibt vor, dass Bundes-, Landes- und Kreisstraßen an Werktagen von 6 bis 22 Uhr befahrbar sein müssen. Trotzdem kommen immer wieder Stimmen von Verkehrsteilnehmern auf, die sich über nicht geräumte Straßen beschweren. Das hat aber seine Gründe. Die Vorgabe eines Routenumlaufs von drei Stunden, das bedeutet die Zeit, bis ein Winterdünschtfahrzeug wieder an dieselbe Stelle kommt. Aber welche Schneemassen in dieser Zeit, sagen wir mal, erfolgen können, das weiß jeder Häuslesbesitzer, der versucht, seinen Gehweg vor seinem Haus freizumachen. Im Landkreis betrage die Zeit für eine solche Route nur rund zwei Stunden. Trotzdem seien flächendeckend gute Bedingungen nicht möglich, vor allem nicht, wenn es aktiv schneit. Viele Verkehrsteilnehmer hätten dafür jedoch kein Verständnis. Immer öfter würden der Respekt und die Rücksicht fehlen. Man hat so das Gefühl, dass der Respekt oder die Rücksicht gegenüber unseren Einsatzfahrzeugen schwindet. Das bemerkt man an der Reaktion, dass die Fahrzeuge überholt wurden, aber auch, sagen wir mal, verbale Ausschreitungen gegenüber unserem Personal. Um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten, sind die Straßenmeistereien jedoch auf die Mithilfe aller Verkehrsteilnehmer angewiesen. Sie bitten darum, die situative Winterreifenpflicht zu beachten und je nach Wetterlage längere Fahrzeiten einzuplanen. Weitere Informationen zum Winterdienst gibt es seit diesem September auf der neuen Website des Landkreises. Acht Initiativen sollen der Digitalisierung von Forschung, Lehre und Verwaltung an den Hochschulen einen deutlichen Schub geben. Das Paket war am Dienstag Thema im Ministerrat. Dazu gehört beispielsweise ein landeseigener Chatbot mit Namen BWGPT, aber auch ein Dienst zur Speicherung von Vorlesungsaufzeichnungen. Ziel ist es, den Einsatz digitaler Lehr- und Lernformate zu erleichtern. Das Land fördert die acht ausgewählten Projekte mit insgesamt rund 5 Millionen Euro. Und soweit die BW1 Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen! von der Bangladesin Vielen Dank.